Okay, I see. Good effort, but no dice. Good news is that place isn't going anywhere. We can try this again in the future, Outrider. Ah. Let me charge him, but no dice. Good news is that place isn't going anywhere. We can try this again in the future, Outrider. Dum-dum, schmolzen in Tiefen. Und ich habe meine Audiosachen wiederum gestellt. Nicht mit den 170-Euro-Säuren-Eco-Laser reingehaut. Ja, anscheinend der nur 5 Müll war für diese Aufnahmen. Und meine Wuchttext war ziemlich gut. Oh, okay. So, jetzt da. Wo bist du jetzt der Fall? Ei, 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 ei. Das ist mir klein, ich habe das in Leben. Ja, kommt runter. Zeit, um aufzuräumen. Stufe 49 jetzt. Deswegen lasse ich mir gerne die kleinen leben, damit ich ein bisschen Leben mehr zurückholen kann. Verdammt sind die Tiefen gefährlich. Oh, 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 oh. So gefährlich, die Vögel. Ich habe mich nicht mehr getroffen. Ich muss schon reinholen in die Höhle. Oh, ein Vogel ist down. Und, oh. Oh, oh, oh. Oh, das bleibt es auch down. Schnell, Kanapenschaden. Nein, nein, kommt. Stammt. Warum ist die Musik hier hinten so intensiv? Verdammte Vögel, oh ich muss meinen Super poppen, okay, okay, oh macht doch weg das Ding, oh verdammt, 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 verdammt. Oh, oh, komm lass mich Muni nehmen zuerst, verdammt, verdammt wird das intensiv, ich habe keine Muni bekommen, oh das wird wieder so intensiv, mit Boss und Vögel, ich höre jetzt den Boss, sollte ich leben lassen, damit ich mich weg teleportieren kann, Und dann, falls ich einen Vogel weg habe, das ist ein Jackpot. Okay, die Trigger müssen weg. Wirklich, einen großen Charge kriege ich. Ach komm. Ja, hinten kriege ich, hier kriege ich meine Trommeln. Ich habe hier hinten einen gespitscht. Dum dum. Ich stehe doch auf die Trommeln, oder? Ich glaube, ich habe einen Gegner geklitscht. Dann werde ich mir aufkalken, falls ich einen Notfall brauche. Uh. Jetzt. Ja, der ist geklitscht. Okay. Da bist du. Oh nein. Sie haben viele getötet. Und Vögel kommen. Ah. Missed. Missed. Ah. Das ist ein weiterer Poker. Komm ich mal ankreise keinen. Oh nein. Und dann wird der mich getroffen. Oh. Oh. Da ist ein Vogel gelandet. Ich habe es gar nicht mitbekommen. Oh. Oh. ist nicht nicht und ich leere und ich leere Nein! Vogel zu erwischen ist unmöglich Oh, ich habe ihm verdammt ein bisschen geschadet Oh, verdammt, ist das intensiv Die nehmen auch fast keinen Schaden, die Tücken Oh, verdammt Oh, je Brauchst du Dass der Typ übrig geblieben ist Oh nein, ich habe ihn rausbekommen Was da klickt, Posi Das wollte ich nicht, das war das Letzte, was ich wollte Jetzt muss irgendwer sterben Ich habe noch ein bisschen Dom Oh, Piers Party Ah, Mist Wirklich Okay, raus hier, raus hier, raus Ach, ich habe ihn nicht Ich habe ihn nicht Oh, ich habe ihn nicht Oh, ich habe ihn nicht I'm gonna die. Good news is that place isn't going anywhere. We can try this again in the future, Outrider. You're mad! ja 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 einmal noch dann schmeiße ich die Nerven weg boah verdammte ah der Vogelkampf warum ist das so hart muss das so hart sein no oh im at the location nothing here for the local wildlife ein zwei und zwei zwei Wart Luff ist schon genug für mich und zwei Okay. Also er ist gelandet, Mist, und ich hab's verpasst. Wieder in die Hülle zurück, damit ich mal ein episches Trommeln kriege. Oh, oh! Wo ist denn? lasst mich teleportieren verdammt noch mal oh 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 Ah! Machen wir mal Chuck-Granatenschaden. Okay, das sind diese Wirklichkeit. Vielleicht können wir wieder wieder Starken. Hauptsache hat das gestarkt. Vielleicht drauf nichts. Ah, ich bin doch ausgewichen. Nein, das ist niemand gestarkt. Oh, wenn dann habe ich das da hinten. Okay, jetzt bin ich dann besser bereit für die Vögel. Ich habe Muni. Ich habe Schild. Und ich mache Blut und Schaden. Dann ist das Erste schon mal weg. Ich werde mich nicht so viel teleportieren lassen. Ich werde mich nicht so viel teleportieren lassen. Dann hoppfe ich da raus. Nee, Sicherheit. Ah, das war gut. Das war gut. Ich habe mir jetzt die Musik weg. Ich hole sie mir. Ich komme wieder zurück. Keine Sorge. Ich hole sie mir. Ja. Oh Oh Wo ist der schwächere Vogel? Ich zittere leicht Oh 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 Eins gegen eins Du und dich Vogel Du und dich Oh Oh Ich gebe jetzt die Drohbel Oh Was machst du hier? Oh 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 Ich hoffe ich kriege mir dann gute Loot zum verkaufen Oh Ich bin eigentlich bei fast jeden schon Stufe 50 mit der Ausrüstung bis zur Brustplatte Dann nehme ich auch was goldenes auf Stufe 49 bis das Neues bekomme Oh Oh Big Boys Big Boys Da Bin ich da Lass mich raus hier. Ich will er in der Ecke stecken lassen. Ich will er in der Ecke stecken lassen. Das ist schon viel zu intensiv. Ich hoffe, der Infos fällt dir nicht so. So. Das hoffe ich für viel. Ich weiß. Aha. Mist. Hab schlecht gehupft. Jetzt lasst mich doch mal Muni holen. Okay. Oh ne. Oh. 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 Natürlich. Ihr Bastale. Kanatenschaden. Das hat mir auch ziemlich viel Schaden gemacht. Oh. Da ist noch ein großer Mann. Oh. Oh. Und so rein da. Ohh. Cool Oh, das sind kritische Oh, das hat Schaden gemacht Oh, was war das jetzt alles? Es kommen mehr kleine, es kommen mehr kleine Es kommen mehr kleine Vielleicht ist das gut, jetzt kriege ich Granatenschaden zusammen Habe ich ein paar zum Stecken gebracht Das wäre ja noch schöner Oh Uuuuuhh Oh da, richtig Da rennt ich nicht mal in meine Granaten ran. Wird er denn eigentlich dazu bringen sollen, dass er aufhört? Bin ich fast in meinen Tod gehofft. Ja, wir haben ihn zum Stecken gebracht. Ein paar gute Neuigkeiten werden dann. Okay, können wir ihn holen. Jetzt ist er zum Geilen teleportieren. Ah, nicht dieser Tacke, nicht dieser Tacke. Ich bin wieder reingesprungen. Alles klar bei dir? Ganz schön stressig bei mir gerade. Ziemlich viel Action. Aber du stehst da doch nur rum. Sorry, dass das sein muss. Du wirst nur abhängen. Jetzt musst du in der Monsterhöhle abhängen. Ah, das ist noch nicht ein Boss. Es gibt noch zwei Stages oder eine Stages und dann ein Boss Stager. Verdammt ist das eine lange Map. Das wird wirklich eine Stunde, wenn ich es überhaupt so weit schaffe bis zum Schluss, was in diesem Spiel ja nichts heißt. Selbst wenn ich es bis zum Schluss schaffe, sind dann immer noch die starken Bosse. Obwohl die Spinnen-Mama ist für meine Klasse, glaube ich, noch am besten. Andere Bosse wie Menschen, alles was Menschen sind, ist fast von zu zart. Auf mich anzustupsen, da schwächer, alter Schwächer. Du hast mich angespucht. Raus mit dir. Ich hoffe, ich schaff's. Sonst war das wieder alles umsonst. Die ganze fette Fight hier. Man merkt, dass das nicht leicht ist. Ich möchte mal Kriegegner. Ob's die machen, schaff's Schaden. Wo kommen die dicken? Nichts in dieser Runde. Ich schaff's. Ich schaff's. Ich schaff's. Ich schaff's. Ich schaff's. Oh, ich liebe diese Shotgun. Aber was cooles, goldenes wär's auch schon mal. Okay, machen wir weiter. Kann sich nur noch um 30 Minuten handeln. Ah. Komm schon, Feuerstein, mach weiter. Oh. Das sind doch keine großen Kampfvögel, oder? Da kommt noch eine schwierige Runde. Ich bin angespucht worden. Okay, jetzt kommt die Schwierigkeit. Das wird ja auch interessant dann. Kann man noch ein bisschen aufladen. Da steht nur rum und schaut mich an. Okay, okay. Jetzt geht's los. Welche Seite? Diese Seite zuerst. Ah, das Party. So fett Party. Warte, genau so muss man das machen. Auf mit deinem Power-Ding. Okay, 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 uh, Granatenschaden auch gut. Die Moni ist auch gleich da, da geht's ab. Aber eigentlich ist eh cool, so wie es gerade abgeht. Auf engstem Raum, da kriege ich eh auch Buffs, scheiße. Verdammt gute Buffs kriege ich hier im engsten Raum. Das war nice, das war richtig nice. Ich muss da ein bisschen ziehen. Die einzige Fähigkeit, die da drauf hat, die echt gut ist. Schon wieder. Wobei ich noch nicht so nah dran stehen darf. Schliessen wir einfach. Natürlich macht er jetzt das Ding. Oh. Okay, warum nicht? Warum? Oh nein. Was hab ich ganz vergessen? Verdammte Bastards. Ich hab' ich ganz vergessen. Hm. Oh je. Jetzt, ich erinnere mich, das wird doch nicht leicht mehr dann. Sondern alles andere ist leicht. Ah, Scheiße. Mehr von euch explodenden Spider-Bastards. Spider? Es ist, was wir kleine F*****er wie diese, zurück auf der Erde. Sind sie gefährlich? Oh ja. Eine halbe von jedem married couple war trainiert, um sie zu disposen. Ich züchte sie, weil ich nicht verheiratet bin. Oh, die fliegenden Dinge werden mich ruinieren, da wahrscheinlich. Warum ist dieses Level so lang? Ich kann ihn weg machen. Guter Granatenschaden. Sehr schön. Ach, Vögel. Verdammte Vögel. Muskietos meine ich. Ah, ich hasse sie. Nein, 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 nein. Boah, that's just the worst. Ein bisschen zu schnell auch. Vielleicht kommen sie hier nicht durch. Und wie sie das tun. Boah. Gute Rolle. Wenn mich da auch schon der Map mal zerlegt. Vielleicht nach dem Endpost. Oder vor dem Endpost. Weil die so gefährlich sind. Schau wie schnell die sind. Das ist einfach krass. Dann schießen die auch noch giftiges Zeug. Schauen, dann weichen die auch noch aus wie Profis. Oh Gott, verdammt. Hm, du hast mich getroffen, wirklich. Schickst du mir noch mehr, wenn ich dir das halbe Leben abziehe? Okay, das werden wir gleich sehen. Warte zur Sicherheit ab. Ich glaube, das war's jetzt. Fahr. Normale, normale. Was hat an mir gespawnt? Wieder. Keine Moskitos. Come on, man. Oh, ich hab's im Augenblick geklebt, hört. Oh, ein Bastard. Hoffen wir, diese Sachen zu schicken. Das reicht zum Armut, oh babe. Ich weine, wenn ich da noch dann sterbe. Oh, ich hab's. 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 Wie lange nehmen wir schon auf jetzt? Wie lang? 40 Minuten. Ah, das geht doch. Das geht doch. Okay. Okay. Jetzt machen wir Spider-Boss-Fight dann. Ah, da geht's ja noch weiter. Das gibt's ja nicht. Kos wollte diese Map noch machen. Hm. Hm. Da kann ein viel Kleinkampf. Ah, der wird auch ein bisschen tot explodiert. Wo bist du hin eigentlich? Du soll nicht pass. Du soll nicht pass. Ah, so nah. Wo ist dein Sweet Spot? Oh Gott. Ach, die Attacke. Natürlich. Er trifft mich sogar. Wo bin ich da jetzt gerade reingesprungen? Ich muss Abstand halten. Abstand halten. Oh, hä. So viel Abstand kann ich ja gar nicht mehr halten. Das wird gesnappt von hier. Oh. 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 vielleicht kann ich einmal weg machen das war erst jetzt wieder die spezielle attacke auf die gitarre attacke Ich hab's so viel grad geschafft dort reinsteigen. Wurde auf! Wurde auf damit! Nein, es kommt schon! Oh! Oh! Stellt euch das an! Oh! Oh, ich bezahle Attacke! Geht keine Pausen! Geht nicht mehr, Geht nicht mehr! Das ist meine Chance! Das ist meine Chance! Nein! Hör auf! Ah, was mit der Chance? Hör auf! Deine Spezialattacke! Was kommt nach? Was kommt nach? Kleine Schrauben! Hoffentlich nur ein Nichtfliegendes! Ah! Ich hab jetzt um ihn herum exportieren lassen! Könnte das zum Vorteil sein! Das war's mit dir! Das war's mit dir! Das war's mit dir! Was kommt nach? Ja! Ich hab jetzt hier! Das war's mit dir! Ich hab jetzt hier! Oh! 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Oh, ich bin nur noch im Fokus. Nur noch ein Big Amp Game im Fokus. Amp Game? Amp Game. Es ist unmöglich, mich aus meiner Misere zu setzen. Ich glaube, du musst es alles vermitteln. Das ist besser, als ich erwartet. Das wird eh der Bosskampf. Nur nicht versagen, nur nicht versagen, nur nicht versagen. Verspringen? Nein. Ja. Ich weiß, dass die fliegenden Dinger immer wieder kommen werden. Auf die muss ich besonders acht geben. Wahrscheinlich einfach nicht meine... Oh, hat mich getroffen. Schon wieder getroffen. Einfach nicht meine Superpowerfähigkeit einsetzen davor. Mit den Kugeln. Ich weiß nicht, warum ich den einfach nicht anwischen kann. Ich wette mich gerade gar nicht. Oh, verdammt, hat er viel Leben. Ganz hast du viel Leben. Spinne. Schild passt noch. Kann ich hin? Nein, ich kann nicht anwischen. Jetzt muss ich rein geben. Für mich ist PAC zu sein. Das ist krank. Mit Schwierci Rasch, sagst du ipen. In dem Bosskampf kann ich mir fast Teleport weggeben. Okay. Machen wir drauf. Macht ja nicht so viel Schaden. Das war der Hilfeschrei, oder? Oh, ja. Genau das richtige Timing gefunden. Ich kann die Papas nicht in Latein singen. Komm, springst du hier rüber? Rückwärts Feuerattacke? Ja. Das wird auch eine Stunde dauern. Okay, jetzt sind die Dichenginger da. Verdammt, wie ich euch hasse. Uh. Lass mich raus. Teleportieren. Oh! Das ist nicht der eine, der ist angeschlagen. Ja, war's. Ich habe mich sogar getroffen, da mitten im Move. Wie viel Moni? Besser Moni holen gleich. Es wird noch schwieriger. Okay, das ist der Zeitpunkt. Ich habe sogar Schaden gemalt. Okay, das ist der Ding. Ich falle es mir wieder für den Moskitos auf. Oh, Moskitos. Oh, Moskitos! Goddammit! Oh, Moskitos haben wir noch. Nein, wir haben noch mehr Moskitos. Es sind mehr Moskitos. Es hat mich erwischt. Unglaublich. Lass mich teleportieren! Oh. Wow. Okay. Slow and steady. Slow and steady. Brrrr. Ah, extra Granatenschaden. Sehr schön. So, kommt jetzt noch eine Musikbito Welle. Meine Finger packen das langsam nicht mehr. Ah ja, ich darf mich nicht einsetzen. Okay. Hm. On est hier. Ich spare mir alles auf. Oh. Oh. That is the boss face. That is the boss face. Chris Granatenschaden Boss von kleinen Gegnern, die um dich herum exportieren. Das kommt runter von deiner Wand. Hm. Hm. Das hat mein Spiel fast nicht zerblasen. Ich brauche ein guter Lot, bitte. Oberkörper, Oberkörper, Oberkörper. Das ist ein Ohr. Ich denke, wir können besser als das. Dank an dich. Wer stirbt und hat dich ein Optimist gemacht? Hälfte der Valle der Insurgenten, wenn du das wissen musst. Bleib in Kontakt, Outrider. Don't get killed out there. Ich hab nichts geordernes bekommen. Wuuuuh. Oh. 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 Vielen Dank.